Hallo, heute verlose ich wieder etwas an einen meiner lieben Blogleser und falls ihr meinen Blog noch nicht verfolgt, könnt ihr das gerne machen. Ich setze euch den Link in die Infobox und ich verschenke heute einmal dieses Make-up Tattoo Set. Ja, da könnt ihr euch nämlich den Lidstrich im Prinzip aufkleben. So schaut dieses Book aus. Das ist von Rock Beauty, das Rock Book Gift Set und Get Ready to Rock steht da noch drauf. Und hier zum Beispiel habt ihr so Schablonen, die fallen direkt mal raus. Hier, da könnt ihr euch einen Lidstrich in kunterbunten Farben draufkleben. Und dann gibt es aber auch noch Nagellacksticker. So, mit diesem Design. Und was haben wir noch in diesem Book drin? Dann haben wir noch Body Tattoos, Glitter Body Tattoos. Ist ja auch nicht schlecht zur Weihnachtszeit, ne? Und zwar diese goldenen Glitzersternchen. Und ja, das war das, was in diesem Look Book, äh Rock Book mit drin war. Dann kriegt ihr noch von mir dazu ein Rouge von Astor und zwar in einem schönen Pinkton. Das ist die Farbe Peachy Coral. Das kriegt ihr auch noch dazu. Außerdem eine Lidschattenpalette von Kryolan. Und zwar ist es eine blaue Mattepalette. Und hier ist noch so ein, ja, einfach nur ein Weißton. Genau. Der kommt auch noch hinzu. Also die Palette kommt auch noch hinzu. Dann diesen geilen Kugelschreiber. Nein, nur Spaß. Das war meiner, der hier rumflog. So, dann von Avon einen Glimmerstick Diamonds. Und das ist diesmal die Farbe Sparkling Silver. wird also so ein Glitzersilber sein. Und ich drehe euch den aber eben mal auf. So schaut es aus. Ja, der kommt dann noch hinzu. So wie ein Lippenstift. Auch von Avon. Und ich sage, ich bleibe bei Avon. Ich sage nicht Avon. Ich finde Avon klingt irgendwie komisch. So, ich mache euch den mal auf. Das ist die Farbe Majestic Morph. Und das ist wieder so eine Rot-Schwarz-Litter-Packung. Und Majestic Morph schaut so aus. Sind wieder feine Schimmerpartikeln mit drin. So, der Lippenstift kommt auch in das Gewinnpaket mit rein. Und dazu müsst ihr einen Blogpost von mir kommentieren. Und zwar werde ich zeitgleich zu diesem Video einen Blogpost hochladen. Den werde ich euch unten in die Infobox direkt als erstes reinsetzen. Dort kommentiert ihr bitte, wenn ihr Blogleser seid, den Beitrag. Und zwar schreibt ihr mir dann unter dem Blogpost in die Kommentare, was ihr Weihnachten macht. Also schreibt mir dort als Kommentar, was ihr für Weihnachten geplant habt. Ja, ich wünsche euch viel Glück. Und wie gesagt, falls ihr noch kein Leser seid, könnt ihr das gerne werden. Ich werde euch alles Mögliche und auch alle Infos und so weiter in die Infobox setzen. Ich wünsche euch wie immer viel Glück. Und sage wie immer, bis morgen dann. Ciao!